Heute stelle ich euch eine neue Hörprobe vor und zwar von Skuldery Pleasant. Ich werde diesen Titel das ganze Video nicht mehr erwähnen, weil es mir so schwer fällt, diesen Namen auszusprechen. Es gibt eine ganze Buchreihe zu diesem besagten Titel und das spezielle Buch jetzt kostet als Hardcover 1995 seit November 2017 beim Löwe Verlag auf dem Markt von Derek Landy geschrieben und es hat 480 Seiten. Derek Landy ist ein englischer Autor und hat, wie gerade schon gesagt, eine ganze Buchreihe schon davon rausgebracht. Er ist auch ehemaliger Drehbuchautor, das heißt dementsprechend ist es auch sehr gut geschrieben und ich habe mich erkundigt, das Buch ist total unabhängig von den anderen Büchern. Ich versuche die ganze Zeit den Titel zu vermeiden und auch Neuanfänger können mit diesem Buch etwas anfangen. Auch an diesem Buch geht es wieder um den Skelettdetektiven. Ich würde sagen, hört euch die Hörprobe an, genießt es und viel Spaß! Reading Book Channel Mehr Spaß an Büchern Eine Leseprobe aus... Scha... Ska... Skal... Skalderay... Legend... Keine Ahnung, wie das heißt! Jetzt musste ich es doch nochmal sagen. Geschrieben von Derek Landy Gelesen von Melina Zaren Ein neuer Anfang Genau das war es. Ein Neubeginn. Er würde diese eine Information liefern und dann verschwinden. Er konnte nach Hause gehen, zurück nach New York oder vielleicht nach Chicago oder Philly. Irland war nicht mehr sein Ding. Damit war er fertig. Und Irland war offensichtlich fertig mit ihm. Für ihn war das in Ordnung. Er hatte gute Zeiten dort erlebt, hatte Spaß gehabt, Freundschaften geschlossen. Doch bald brach eine neue Zeit an. Tampa Fray musste nur noch die Nacht überleben. Die Wand weiter vorn bekam Risse. Im Licht der Straßenlaternen sah er, wie die Risse sich spinnennetzartig ausbreiteten. Jegliche Hoffnung, dass er einfach so davon spazieren konnte, schwand mit diesen Rissen. Tampa kannte den Trick. Ein prolliger Psycho namens Bill Ray Sanjun hatte die Gewohnheit, aus Mauern zu springen und vorübergehende umzubringen, bevor sie auch nur Pieps sagen konnten. Tampa hatte Sanjun einmal getroffen. Für einen primitiven Berufskiller war er in Ordnung. Wer immer das jetzt war, ein Billy Ray Sanjun war er nicht. Die Wand spuckte einen dürren kleinen Wicht aus, der mit einem breiten Messer und einem noch breiteren Grinsen auf Tampa losging. Das Grinsen ignorierte Tampa fürs Erste. Er konzentrierte sich auf das Messer, schlug es zur Seite und rammte dem Wicht einen Ellbogen in den Mund. Womit automatisch auch das Grinsen erledigt war. Der Wicht ging mit Armen und Beinen fuchtelnd, aber zahnlos zu Boden und Tampa eilte weiter. Ja, es lief schlecht. Natürlich lief es schlecht. Für Tampa Frey lief es nie gut. Weiter vorn kam ein Motorrad um die Ecke. Sein Scheinwerfer strich über die Ladenzeile und es wurde fast sofort langsamer. Tampa ging mit gesenktem Kopf weiter. Die Arme schwangen locker rechts und links des Körpers. Der Typ auf dem Motorrad trug keinen Helm und blickte nicht in Tempers Richtung. Er schaute konzentriert vor sich auf die Straße und war nichts weiter als ein Typ auf seinem Motorrad, der nichts Böses im Schilde führte. Als sie auf gleicher Höhe waren, schob der Typ die rechte Hand in seine Jacke. Tampa machte einen Satz und versetzte ihm einen Stoß, sodass das Motorrad zur Seite kippte. Der Fahrer stieß im Fallen einen Schrei aus, Tampa kickte ihn bewusstlos und der Typ rührte sich nicht mehr. Tampa beugte sich über ihn. In der rechten Jackentasche fand er die Pistole und zog sie heraus. Er vergewisserte sich, dass sie geladen war und entsicherte sie. Seine eigene Pistole lag in dem Haus, in dem er gewohnt hatte, neben seinem Handy auf dem Küchentisch. Im Moment hätte er sämtliche Pistolen der Welt gegen sein Handy eingetauscht. Was hätte er nicht alles gegeben für eine Möglichkeit, Verstärkung anzufordern? Was hätte er nicht alles dafür gegeben, Skaldary Pleasant, um Unterstützung bitten zu können? Er eilte eine Seitenstraße hinunter. Eine Frau kam auf ihn zu. Im Licht der Straßenlaternen war sie nur als Silhouette zu erkennen. Ihr Schatten fiel lang und schmal aufs Pflaster. Er konnte ihr Gesicht nicht sehen. Es hätte Quibble sein können oder noch schlimmer Razzia oder einfach eine Einwohnerin von Rowhaven, die noch einen Nachtspatzigang durch die Stadt machte. Tampa legte die Hand mit der Pistole auf den Rücken und ging weiter. Der Abstand zwischen ihnen verringerte sich. Die Pistole fühlte sich glitschig an in seiner Hand. Er wich zur linken Seite hin aus und sie ebenfalls. Und erst als sie direkt aneinander vorbeigingen, sah er ihm ein unbekanntes Gesicht. Die Frau nickte ihm höflich zu. Er nickte zurück und sie ging weiter. Erleichtert atmete er auf. Entschuldigung, sagte die Frau hinter ihm und er drehte sich im selben Moment um, als sich ein Schatten aus der Dunkelheit löste und der Frau das Genick brach. Sie sackten sich zusammen und Razzia stieg über ihre Leiche. Drei Zehn, verkündete Razzia in ihrem breiten australischen Dialekt. Drei Zehn, Unschuldige, Unbeteiligte. Ich behaupte ja nicht, dass ich irgendwelche Rekorde breche, aber du musst zugeben, dass die Zahl einigermaßen beeindruckend ist. Mit einem strahlenden Lächeln schaut sie auf. Razzia war schön und blond und trug ausschließlich Smokings. Und sie war ganz und gar verrückt. Du warst ein ungezogener Junge. Sie riss die Hand nach oben, Temper duckte sich und hörte dicht an seinem Ohr winzige Zähne zuschnappen. Aus dem Augenwinkel sah er den schwarzen Tentakel, der sich wie ein schauerliches Maßband in Razzias Handfläche zurückzog. Er feuerte einen Schuss auf sie ab, doch sie glitt bereits wieder in die Dunkelheit zurück. Dafür erschien hinter ihr jemand anderes, eine Frau mit Glatze und einer Pistole. Quibble. Sie eröffnete das Feuer, er trat eine Tür ein und stolperte ins Haus, als sich die Kugeln in den Türrahmen boten. Im Zimmer sprang ein Mann von einer Couch und eine Frau stand mit zwei Bechern Kaffee in den Händen da und blickte temper erschrocken nach, als er an ihr vorbeilief. Er rannte ins angrenzende Zimmer, sah zwei Männer vor dem Fenster, kehrte um und stürmte die Treppe hinauf. Das Paar schrie und lief ihm nach und jetzt hörte er ein Baby weinen. Er ignorierte es, eilte ins Elternschlafzimmer und sah durch die zugezogenen Vorhänge einen jungen Mann auf dem Dach gegenüber. Schlank und mit unerhört platinblondem Haar. Nero. Temper winzelte und der junge Mann war verschwunden. Verdammt, murmelte Temper. Er lief zum Fenster und plötzlich war Nero neben ihm und stellte ihm ein Bein. Temper stolperte und fiel gegen die Wand. Er drehte sich um und hob die Pistole, doch Nero war schon wieder an seiner Seite, er riss ihm die Waffe und verschwand erneut. Temper hatte eine volle Sekunde Zeit, auf die Knie zu sinken, bevor Nero wieder ins Zimmer teleportierte und die Pistole direkt auf Tempers Brust richtete. Er hatte einen Freund gemacht, der ganz in schwarzes Leder und Gummi gekleidet war. Eine Maske bedeckte den gesamten Kopf. Hinter den getönten Linsen waren nicht einmal seine Augen zu erkennen. Hey, Lethy! Temper hockte sich hin und winkte schwach. Was soll das? Lethy betrachtete ihn eine gefühlte Minute lang. Als er sprach, kamen seine Worte in diesem vertrauten, hohlen Flüsterton heraus. Er kostete jedes Wort mit offensichtlichem Genuss aus. Ich wusste, dass du nicht wirklich einer von uns warst. Temper zuckte mit den Schultern. Im Nachhinein sagt sich das leicht. Ich habe es in deinen Augen gesehen, fuhr Lethy fort. Trotz deiner Schwüre und deiner hitzigen Beteuerungen verabscheust du die sterblich nicht annähernd genug. Temper lehnte sich mit dem Rücken an die Wand und schlug die Beine an den Knöcheln übereinander. Weißt du, es ist mir schon immer schwer gefallen, Leute zu hassen, nur weil sie anders sind als ich. Das hat was mit meiner Hautfarbe zu tun, das verstehst du nicht. Oder vielleicht doch? Verbürgt sich unter dieser freakigen Maske möglicherweise ein Bruder. Auf dem Gang draußen tat sich etwas und Leith trat beiseite, als Razzia reintänzelte. Memphis und Quibble stießen das junge Paar hinter ihr in den Raum. Schaut her, wen wir unten gefunden haben, sagte Razzia, noch zwei Unbeteiligte. Bitte, ich weiß nicht, was hier abgeht, stammelte der junge Mann, aber wir stellen keine Bedrohung für euch dar. Ich schwöre es, ich bin, ich hören Sie, wir sind beide Abokinetiker. Im Zimmer nebenan liegt unser Kind. Was sind Abokinetiker, wollte Memphis wissen. Er verzog den Mund, als er der jungen Frau seine Pistole an den Kopf hielt. Pflanzen, erklärte Quibble. Er spricht mit Pflanzen, damit sie besser wachsen. Memphis lachte. Das ist vielleicht bescheuert, Mann. Eine recht geistreiche Bemerkung von einem, der sich wie Elvis kleidet. Pflanzen, genau, beschädigt der junge Mann. Wir können euch nichts tun. Wenn ihr uns gehen lasst, werden wir... Quibble richtet ihre Pistole auf seinen Kopf, doch Letty hob die Hand. Aber, aber... Selbst wenn sie mit Pflanzen reden, sind sie immer noch Zauberer. Sie gehören immer noch zur Familie. Wir töten keine Familienmitglieder, wenn es nicht unbedingt sein muss. Danke, sagte der Mann. Vielen Dank. Hey, wir stehen doch alle auf derselben Seite. Vor Lazy fort. Das Baby begann wieder zu schreien und Lazy schaute Quibble an. Töte das Kind. Das junge Paar versuchte sofort, sich zu befreien, doch Razzia versetzte dem Mann einen solchen Schlag, dass seine Beine einknickten und nahm die junge Frau in den Schwitzkasten. Lazy ließ Quibble nicht aus den Augen. Du stehst ja immer noch da. Das Kind nervt. Töte es. Quibble war ganz blass geworden. Ich mach's, erbot sich Razzia vergnügt, doch Lazy schüttelte den Kopf. Nein, ich hab gesagt, Quibble soll es machen. Also wird Quibble es auch machen. Quibble wollte es nicht machen. Bitte, flehte sie leise, es ist doch noch ein Baby. Lazy beobachtete sie durch die getönten Linsen seiner Maske. Verstehe. In ihren Augen standen Tränen. Lazy, bitte, verweigerst du mir den Gehorsam, Quibble? Memphis wandte den Blick ab, um Quibble nicht ansehen zu müssen, während Razzia die Szene mit wachsendem Vergnügen verfolgte. Sie hatte noch gar nicht gemerkt, dass die junge Frau, die sie im Schwitzkasten hielt, inzwischen das Bewusstsein verloren hatte. Ich kann kein Kind töten, erklärte Quibble leise. Lazy ließ einen Augenblick verstreichen. Du liebe Güte, sagte er schließlich. Sie war so gut wie tot. Und sie wusste es. Temper kannte ihn, diesen totgeweihten Ausdruck auf seinem erschlaffenen Gesicht. Seiner Erfahrung nach standen ihr an diesem Punkt nur drei Möglichkeiten offen. Die erste war weglaufen. Da Lazy jedoch einen Teleporter bei sich hatte, fiel diese Möglichkeit praktisch weg. Die zweite war aufgeben. Das Unvermeidliche entweder zu akzeptieren oder anzufangen zu betteln. Aber betteln war nicht Quibbles Stil. Quibble war ein Möglichkeit Nummer drei Typ. Sie hob ihre Waffe und zielte direkt auf Lazy's Gesicht. Sofort hob auch Memphis seine Waffe und drückte sie Quibble an die Schläfe. Tu's nicht, flüsterte er. Tu's ja nicht. Razzia klatschte in die Hände. Das ist vielleicht aufregend, die junge Frau sang zu Boden. Das ist schade. sagte Lazy. Ganz ungeheuer. Schade. Ich kann kein Baby töten, wiederholte Quibble. Babys sind lediglich Menschen, die noch nicht erwachsen sind. Du hast schon haufenweise Leute getötet. Haufen weise. Lass uns 18 Jahre warten. Dann töte ich auch diesen hier, meinte Quibble. Oh, das ist wieder so eine Prinzipiensache, ja? Das ist traurig. Ich bin jetzt traurig. Du hast mich traurig gemacht, weil ich dich jetzt töten muss, Quibble. Und und ich es lieber nicht täte. Mit einer blitzschnellen Bewegung entwand der Quibble die Pistole, richtete die Waffe auf sie und drückte ab, bevor sie wusste, wie ihr geschah. Sie kippte nach hinten, das Geschrei aus dem Nebenzimmer wurde lauter und Lady gab Razzia die Pistole. Sie betrachtete sie, als sei sie ein Stück angefaultes Obst und warf sie weg. Es tut mir leid, entschuldigte sich Lady bei Memphis. Ich weiß, ihr wart euch sehr nah. Sie war meine Schwester, erwiderte Memphis. Oh, dass ihr euch so nah gestanden habt, wusste ich nicht. Ich muss dich das jetzt wohl fragen, Memphis, und bitte nimm es mir nicht übel. Willst du versuchen, mich dafür umzubringen? Aus. Rache. Memphis schaute auf Quibbleslei hinunter. Nein, antwortete er schließlich. Er nicht. Gut, das ist gut. Nach einer Familientragödie ist es das Beste, wenn alle versuchen, nach vorn zu schauen und die Vergangenheit dorthin zu stellen, wohin sie gehört. Nämlich in die Vergangenheit. Soll ich jetzt das Baby töten? fragte Razzia hoffnungsvoll. Welches Baby? fragte Lady zurück. Er wandte sich wieder Temper zu. Du kommst mit uns, Frey. Wir haben ein paar Fragen an dich. Ein weiterer Mann betrat das Zimmer, ein Kerl mit geflochtenem Unterlippenbart. Temper versuchte ihn, sich vom Hals zu halten, doch eine Berührung genügte und alle schlimmen Gedanken, die Temper jemals gehegt hatte, wirbelten und wimmelten und wogten durch seinen Kopf. die Lieds- und ryns-